Ist das die Rettung? Eine günstige Grafikkarte für den Einstieg in Gaming und Streaming und das Ganze sogar zu bezahlbaren Preisen? Mit der neuen Nvidia RTX 3050 soll genau das möglich sein und für viele hier wird diese Grafikkarte extrem spannend sein. Was die RTX 3050 genau drauf hat und wie sie sich im Gaming und vor allem auch im Streaming schlägt, schauen wir uns in diesem Video einmal genau an. Heute am 26. Januar 2022 released Nvidia die neue RTX 3050, die vor allem für den Einstieg ins Gaming und auch ins Streaming unglaublich interessant sein könnte. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass Grafikkarten seit gefühlt zwei Jahren ein wirklich rares Gut sind und man selbst für Einstiegsmodelle der Vor- und Vorvorgeneration mehrere hundert Euro auf den Tisch legen muss. Da macht ein neues Einstiegsmodell absolut Sinn, das nicht nur mit neuen Features daherkommt, welche die anderen Nvidia-Karten der neueren Generation schon längst anbieten, sondern auch verfügbar und bezahlbar ist. Doch genau das ist ja hier die Frage. Mit einer UVP von 279 Euro soll die RTX 3050 in den Handel kommen. Die Frage ist, weicht der reale Preis stark von der UVP ab und wie viel mehr Leistung bringt die RTX 3050 denn wirklich im Gaming und auch im Streaming? Ja, ersteres werden wir hier wahrscheinlich nicht beantworten können, da meine Glaskugel in den letzten Tagen nicht mehr mit mir redet. Aber die zweite Frage können und werden wir in diesem Video beantworten. Habt ihr schon von Owned Pro gehört? Dies ist der Sponsor dieses Videos. Owned Pro ist ein Service, mit dem ihr über ein monatliches Abo zwischen hunderten verschiedenen Designs auswählen und diese mit nur einem Klick installieren könnt. Einfach anmelden, das Plugin für OBS Studio installieren, mit auch einem Account verbinden und dann zwischen einer Vielzahl von professionellen Designs auswählen. Ganz neu dabei sind nun auch Alert-Variationen, sodass ihr eure Alerts noch individueller gestalten und auf verschiedene Events mit unterschiedlichen Nachrichten reagieren könnt. Habt ihr Bock? Dann schaut es euch doch einmal an und klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1289.tv slash Owned Pro. Mit 8 GB VRAM und einer PCI Express 4 Anbindung mit ganzen 16 Lanes haben wir hier definitiv eine Grafikkarte, die ihre Leistung voll ausfahren kann und nicht durch zu wenig VRAM ausgebremst wird. Und durch die vollen 16 PCIe Lanes kann die Karte auch auf älteren Mainboards genutzt werden, ohne dass man Einbußen in der Performance befürchten muss. Wer den Grafikkartenmarkt etwas im Blick hat, wird den Seitenhieb auf ein anderes Modell, welches auch erst vor ein paar Tagen auf den Markt gekommen ist und für den Einstiegsbereich gedacht ist, gemerkt haben. Aber das wollen wir hier gar nicht vertiefen, bleiben wir bei den Fakten. Im Gegensatz zu dem Vorgängermodell der GTX 1650 hat die RTX 3050 nun die aktuellsten Features. Dazu zählen nicht nur Echtzeit Raytracing und DLSS, sondern auch so spannende Features wie Nvidia Reflex und Nvidia Image Scaling. Aber vor allem für die Streamer unter uns kommen dann noch Features wie Nvidia Broadcast und der überarbeitete und wesentlich bessere Nvidia Encoder hinzu. Mit Nvidia Broadcast kann zum Beispiel die Grafikkarte genutzt werden, um Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofonsignal zu entfernen, was sogar so weit geht, dass man nicht mal einen Staubsauger direkt neben dem Mikrofon hört. Und der neue Nvidia Encoder ist vor allem dann gut, wenn man bei niedrigen Bitraten – und ich rede hier von Bitraten unter 10.000 Kbps – eine extrem gute Qualität im gerenderten Bild für den Stream erreichen möchte. Und zusätzlich ist natürlich noch die Unterstützung von HDMI 2.1 sowie dem AV1 Decoder, der in Zukunft immer spannender werden könnte. Also alles in allem ein wirklich sinnvolles Upgrade. Technisch gesehen erhaltet ihr hier ein Grafikchip auf Basis der neuen Nvidia Ampere Architektur. Unter anderem bietet die RTX 3050 insgesamt 2.560 CUDA Cores. Vergleicht man dies mit den 896 CUDA Cores der GTX 1650 ist das fast eine Verdreifachung sowie 80 Tensor Cores der dritten Generation und 20 Raytracing Cores der zweiten Generation. Die GTX 1650 hat keine Tensor und auch keine Raytracing Cores. Spannend ist vor allem aber auch das Upgrade von 4 GB auf 8 GB GDDR6 VRAM. Berücksichtigt man, dass Games heutzutage einfach immer mehr VRAM brauchen, ist man mit 8 GB definitiv wesentlich besser aufgestellt. Die TGP der 3050 ist mit 130 Watt angegeben und verglichen zu der GTX 1650 mit einer TGP von 75 Watt ist das ein Sprung von rund 73%. Bei einer erwarteten Leistungssteigerung von bis zu 100% und der Tatsache, dass ganz neue Features mit an Bord sind, ist dies aus meiner Sicht aber vollkommen in Ordnung. Was man jedoch in Bezug auf die erhöhte TGP auch erwähnen sollte, ist der Stromanschluss. Bei der GTX 1650 war bisher kein zusätzlicher Stromanschluss nötig. Bei der RTX 3050 hingegen muss man je nach Hersteller einen zusätzlichen 8-Pin Stromadapter anschließen. Und wem es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, in diesem Video ist keine RTX 3050 Faunas Edition zu sehen, sondern eine Gigabyte RTX 3050 Gaming OC. Dies liegt ganz einfach daran, dass für die 3050 gar keine Faunas Edition angeboten wird. Somit werdet ihr heute bei den Händlern ganz viele verschiedene Custom-Designs der RTX 3050 eintrudeln sehen. Aber soviel zu den Eckdaten der 3050 und dem Vergleich zur Vorgängerversion. Ich möchte mir nun konkrete Benchmarks der 3050 mit euch zusammen anschauen. Hierbei habe ich das ganze System nicht nur ausschließlich fürs Gaming getestet, sondern auch geprüft, wie es sich verhält, wenn gleichzeitig mittels OBS Studio gestreamt und der Nvidia-Encoder verwendet wird. Getestet habe ich alles auf meinem neuen Grafikkarten-Testsystem. Für mehr Infos dazu habe ich euch alle Komponenten des Systems unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Beginnen wir mit dem 3D-Mark Firestrike. Hierbei konnte die RTX 3050 ganze 14.647 Punkte erreichen. Mit der GTX 1650 waren es hingegen nur 8.361 Punkte. Die RTX 3050 hat in diesem Test daher einen Leistungszuwachs von 75%. Beim 3D-Mark Timespy konnte ich folgende Ergebnisse erzielen. Die RTX 3050 erreichte eine Punktzahl von 6.888 Punkten und die GTX 1650 schnitt mit 3.824 Punkten rund 45% schlechter ab. Also auch in diesem Test ein guter Leistungszuwachs der RTX 3050. Den 3D-Mark-Port Royale habe ich natürlich auch einmal laufen lassen. Hier konnte ich aber nur die Punkte der RTX 3050 messen, da die GTX 1650 gar kein Raytracing unterstützt und der Port Royale-Benchmark bekannterweise genau hierfür gedacht ist. Ich erreichte dabei eine Punktzahl von 3.565 Punkten. Das waren nun die reinen Grafik-Benchmarks. Aber wofür ist so eine schicke Grafikkarte gedacht? Fürs Gaming und oder auch fürs Streamen. Daher gehen wir nun einmal durch die Gaming-Benchmarks. Damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie die Werte der folgenden Tests mit laufendem Stream zustande kamen, möchte ich euch auch noch kurz meine Einstellungen zeigen. Die Basisleinwand und skalierte Ausgabeauflösung habe ich auf 1920x1080 gestellt sowie die FPS auf 60. Gespielt wurde auch in allen Tests mit einer Auflösung von 1920x1080. Als Encoder habe ich NVENG New mit einer Bitrate von 6000 ausgewählt. Die Voreinstellung war auf maximaler Qualität mit dem Profil High und Lookahead sowie Psycho-Visual-Tuning waren eingeschaltet. Durch aktiviertes Lookahead habe ich auch die Max-B-Frames auf 4 erhöht. Als erstes Spiel habe ich mir Far Cry 6 angeschaut. Die RTX 3050 Schnitt mit durchschnittlich 80 FPS sehr gut ab und man kann hier ganz klar von flüssigem Gameplay reden. Mit eingeschaltetem OBS und laufendem Stream waren dann sogar noch 71 FPS im Schnitt drin. Vergleicht man dies mit der GTX 1650, ist der Unterschied sichtbar. Ohne OBS waren 49 und mit OBS 41 FPS im Schnitt machbar. Dies sind definitiv Werte, bei denen das Spielen nicht mehr so richtig Spaß macht. Als nächstes Spiel habe ich mir dann einen absoluten Klassiker angeschaut. Rainbow Six Siege gehört wohl immer noch zu einem sehr beliebten Shooter im E-Sports-Bereich. Mit 250 FPS im Schnitt hat die RTX 3050 das Zocken zu einem ultimativ flüssigen Erlebnis gemacht. Selbst bei laufendem Stream waren immerhin noch 235 FPS im Schnitt möglich. Das sind Werte, wo man auch mal ganz locker einen 240-Hertz-Monitor befeuern kann. Bei der GTX 1650 reden wir aber auch nicht von unspielbaren Werten. Mit 151 FPS ohne OBS sowie 133 FPS mit OBS ist auch hier noch von butterweichem Gameplay die Rede und selbst ein 144-Hertz-Monitor wäre da gar kein Problem. Ganz klar muss auch der Toaster-Test an den Start. Mit CSGO haben wir ein Game, das einfach über die Jahre und vor allem auch die unterschiedlichen Versionen zu den Dauerrennern unter Shooter-Fans gehört. Die RTX 3050 schafft hierbei ohne OBS sage und schreibe 353 FPS sowie mit laufendem Stream immer noch 310 FPS. Aber sind wir mal ehrlich, den Toaster-Test muss man auch einfach bestehen. Selbst die GTX 1650 macht ohne OBS 200 FPS und mit OBS 179 FPS im Schnitt. Das nächste Spiel kann man aber auch schon fast als Toaster-Test betiteln. Die Rede ist von Valorant, welches ich einfach testen musste. Selbst spiele ich es gerne und es wird aktuell auch von vielen anderen gerne gespielt. Wer etwas sparsamer unterwegs sein möchte oder muss, der fragt sich zurecht, kann die RTX 3050 für dieses Spiel gute Leistung zeigen? Und ja, das kann sie. Mit 317 FPS ohne OBS und 281 FPS mit OBS können die passionierten Gamer genauso wie die Streamer unter euch beruhigt sagen, das macht Spaß. Ganz lustig fand ich jedoch dann den Vergleich mit der GTX 1650. Bisher war der Unterschied wirklich schwarz auf weiß zu sehen und durch die RTX 3050 auch ein guter Leistungsschub zu verzeichnen. Doch bei Valorant schafft die GTX 1650 ohne OBS 299 FPS und mit OBS 286 FPS. Das ist nicht wirklich weniger als bei der 3050. Bei einem Spiel, das vor allem schnelle CPUs mag, sind die Werte dann aber nicht so verblüffend. Aber machen wir weiter mit Shadow of the Tomb Raider. Ohne OBS schaffte die RTX 3050 94 FPS und mit OBS immer noch sehr gute 85 FPS. Dahingegen hat die GTX 1650 54 FPS ohne OBS sowie 46 FPS mit OBS erreicht. Mit der RTX 3050 ist Shadow of the Tomb Raider also wunderbar flüssig spielbar, wohingegen man bei der GTX 1650 wohl nur durch runterstellende Grafik zu einem einigermaßen angenehmen Spielergebnis kommt. Aber was wäre ein Grafikkartentest ohne sich Call of Duty Warzone anzuschauen? Von vielen geliebt, aber auch genauso gehasst. Ob es an der allgemeinen schlechten Performance liegt oder dass hinter jeder Ecke ein Camp erwartet, wer weiß. Die RTX 3050 schafft ohne OBS 94 FPS und mit OBS 89 FPS. Somit kann man auch hier wieder sagen, dass man ganz klar von einem angenehmen Spielerlebnis reden kann und das sogar auch, wenn nebenbei gestreamt wird. Bei der GTX 1650, sieht die Welt aber schon wieder ganz anders aus. Selbst ohne OBS erreicht man im Schnitt nur schlappe 45 FPS. Mit OBS kommt man sogar nur noch auf 40 FPS. Das macht wirklich keinen Spaß. Als letztes Spiel, bevor wir dann zu den Tests mit Nvidia Broadcast kommen, habe ich mir Apex Legends angeschaut. Ohne OBS konnte die RTX 3050 104 FPS und mit OBS immerhin noch 84 FPS auf den Bildschirm zaubern. Also auch Werte, mit denen man ganz klar Spaß haben kann. Bei der GTX 1650 waren dann ohne OBS lediglich 54 FPS und mit OBS 53 FPS im Schnitt drin. Vielleicht noch so gerade eben spielbar, aber flüssig ist dann doch etwas anderes. Nun hat mich aber noch ein Zusatz wirklich extrem interessiert und zwar wenn man auch Nvidia Broadcast einsetzt. Nvidia Broadcast ist ein wirklich cooles Tool für Streamer, um zum Beispiel Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofonsignal zu filtern oder aber einen virtuellen Greenscreen einzusetzen. Also alles Tools, um die allgemeine Streamqualität zu verbessern. Die Frage ist ja nun, wenn ich ein Game zocke, gleichzeitig per OBS über den EnvyEng New Encoder streame und noch Nvidia Broadcast laufen lasse, kann die RTX 3050 das Ganze noch handeln. Dazu habe ich das Ganze nochmals mit Far Cry 6 und auch mit Valorant getestet. Bei Valorant kamen wir mit durchschnittlich 221 FPS wirklich sehr gut davon. Jedoch ist der FPS-Verlust zu Valorant plus OBS ohne Broadcast enorm. Ganze 60 FPS im Schnitt weniger. Das ist natürlich jammern auf hohem Niveau, denn 221 FPS sind immer noch sehr viel und wer da der Meinung ist, das Gameplay sei nicht flüssig, der hat damals nie Destiny 1 auf der Playstation 4 mit 30 FPS gespielt. Ich habe das gemacht und das war nicht flüssig. Aber bei Far Cry 6 sieht man dann doch, dass Nvidia Broadcast je nach genutzten Filtern einiges an Leistung ziehen kann. Mit lediglich 53 FPS im Schnitt fällt man hier unter die magische 60 FPS Grenze und hat kein so ganz flüssiges Gameplay mehr. Wobei ja ohne Nvidia Broadcast und nur mit OBS 71 FPS im Schnitt erreicht wurden. Die RTX 3050 kann also schon so einiges. Zocken und gleichzeitig streamen war bei wirklich allen getesteten Titeln ohne Probleme möglich. Je mehr Grafikleistung das Spiel jedoch braucht, desto enger wird der Puffer, um auch gleichzeitig noch Nvidia Broadcast nutzen zu können. Lohnt sich die RTX 3050 also für Gamer und auch für Streamer? Ganz klares Ja, hängt aber auch davon ab, ob denn die Grafikkarte nun annähernd zur UVP verfügbar ist. Man bekommt mit der RTX 3050 eine Grafikkarte, die bei allen Titeln eigentlich durch die Bank weg gute FPS Werte liefert und gleichzeitig auch die Möglichkeit bietet zu streamen. Und obendrauf bekommt man auch alle neuen Nvidia Features. Und wenn euch dieses Video nun gefallen hat, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch mal dieses Video anschauen, wo ich einmal den neuen Intel 12600K genau unter die Lupe nehme. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!